Herzlich willkommen zur Vorlesung Verteilte Systeme hier an der Hochschule für Technik Stuttgart. Im dritten Umsetzungsbeispiel zu Web Services mit REST wollen wir uns erstmals jetzt mit einem großen Framework beschäftigen, das man auch professionell einsetzt, dem Spring Framework und dazu der Vereinfachung Spring Boot. Gut, wir haben bereits JAX-RS kennengelernt in der zweiten Episode zu REST for Web Services und haben festgestellt, dass JAX-RS vor allem die Parameterbehandlung und auch die MIME-Type-Behandlung vereinfacht. Es blieben aber doch einige Aspekte offen. Unter anderem hatten wir noch Exception Handling auf der Wunschliste. Wir würden auch gerne unsere Schnittstelle jetzt irgendwann mal dokumentieren können, zum Beispiel mit OpenAPI, das ich schon erwähnt hatte. Man könnte auch Sicherheit hinzufügen, also eine Authentifizierung über das Ihnen vielleicht schon bekannte OAuth-2-Protokoll. Auch da gibt es andere, aber das wäre ein wesentlicher Kandidat. Und was wir bisher gar nicht berücksichtigt haben, ist, dass unsere Datenspeicherung auch persistent sein könnte. Es gibt dafür ja das Java Persistence API, kurz JPA, worüber man dann Frameworks wie Hibernate oder Ähnliches einbinden kann und dann eine Datenbank im Hintergrund ansprechen, sodass das Ganze persistent gespeichert ist. Wir werden das nicht alles hier behandeln können, aber zu einzelnen Punkten zumindest kommen. Alternativen wären hier, dass man entweder ein Framework pro Aspekt, die ich hier oben genannt habe, einsetzt oder ein umfassendes Framework einsetzt. Und das ist der Weg, den wir dann auch gehen wollen. Ich habe eben erwähnt, wir wollen unseren Webservice spezifizieren, dokumentieren. Und wir haben festgestellt, dass die Schnittstelle eines REST-Webservice mit JSON nicht vollständig automatisiert erschließbar ist. Sie müssen eigentlich andere Dokumentationen daneben haben oder in einer Form bereits wissen, wie die Schöpfer eines solchen Webservice gedacht haben, wie die sich das überlegt haben, dass der aufgebaut sein soll und können dann erst ihren Client zur Nutzung programmieren. Welche Abhilfen gibt es dafür? Aktuell gängig ist zum Beispiel eine Versionierung, dass man also eine Version zum Beispiel in den Teilpfad der Uki mit aufnimmt oder als Query-Parameter mit angibt, so wie wir das ja zum Beispiel für unser Post gesehen haben. Wenn Sie neue Datensätze anlegen, da könnte man auch eine Version zusätzlich mitschicken, damit man dann auch mehrere Versionen parallel betreiben kann und genau weiß, wovon man redet. Die andere Variante ist Retos. Das hat übrigens bereits Roy Fielding vorgeschlagen damals. Ausgeschrieben Hypermedia as the Engine of Application State. Also Sie haben so eine Zustandsengine, die den Zustand einer Anwendung verwaltet und Sie können über diese einzelnen Zustände wie Knoten in einem Graphen navigieren und jeder einzelne Knoten entspricht einer URI. In REST ist ja alles eine Ressource, die über URIs darstellbar ist. Dann passt das Ganze zusammen und Sie könnten jetzt zu jedem einzelnen Knoten, zu jeder Entität, jeweils abhängig vom fondären Zustand, also kontextsensitiv, weitere Unter-URIs anbieten. Wir hatten unser Studierendenbeispiel für einen Webservice. Dort wäre also denkbar, wenn ein Studierender sich für eine Lehrveranstaltung, ein Lehrmodul einschreiben möchte, bei dem Lehrmodul vielleicht ein Slash Subscribe einfach als Teilpfad anzubieten und wenn man dort eine passende Matrikelnummer zum Beispiel mitgibt oder Student-ID, dann schreibt sich der oder die Studierende in diesen Modul ein. Weitere Möglichkeiten wären auch, dass man gleich links auf weitere verknüpfte Endpunkte beim Abruf einer Ressource, also beim GET, mitschickt, dass also Sie zum Beispiel unter den Lectures für eine ID dann gleich noch einen Slash Student Links haben, wo Sie dann feststellen können, welche Studierenden diese Vorlesung besuchen und das könnte gleich in dieser Antwort mit angeboten werden. Also fragen Sie die besuchenden Studierenden ab oder schreiben Sie sich ein, jeweils einfach mit angeboten. Und ein Framework, was sich zur Dokumentation etabliert hat, was Ihnen auch eine schicke Website herausgenerieren kann mit ersten Erläuterungen und Möglichkeiten zu einfachen Tests, ist das ehemalige Swagger, das sich inzwischen OpenAPI nennt und das man auch einfach einbinden kann, wenn man ein umfangreiches Framework wie Spring Boot nutzt. Und die anderen Varianten, die heute nicht mehr ganz so gängig sind, es gab mal eine Web Application Description Language, eine WODL und dazu dann eine Datei erstellen, die diese Spezifikation anbietet. Es gibt ja auch, das kennen Sie aus XML, aus Programmieren 2 auch noch, die XSDs, XML Schema Definition Dateien, auch sowas könnten Sie natürlich anbieten, selbst wenn Sie am Ende kein XML ausliefern, dann ist eben Ihre JSON-Auslieferung nach wie vor nicht passbar, aber Sie können zumindest die URIs, die angeboten werden oder die Methoden, die angeboten werden, darüber versuchen zu spezifizieren. Es hat sich aber kein allgemeines Schema durchgesetzt, mit dem man allgemein Methoden oder URIs eines REST Web Service spezifizieren könnte. Schauen wir uns jetzt also das große Framework etwas genauer an. Im Enterprise Java-Anwendungsumfeld ist das Spring Framework schon recht gebräuchlich, inzwischen schon 20 Jahre im Markt, damals beschrieben 2002 zuerst von Rod Johnson. Und es setzt mehrere Dinge um, die Sie zum Teil bei JAX-RS schon beobachten konnten. Die sogenannte Dependency Injection, in Java oft über Annotations durchgeführt, also die Objekte, die bekommen benötigte Ressourcen und Objekte automatisch zugewiesen ohne eigene Suche. Und das haben Sie bei uns schon gesehen, dass Sie zum Beispiel bei den Parametern einfach eine Annotation voranstellen und die Parameter aus dem ursprünglichen HTTP-Request, die werden dann automatisch auf Methodenparameter gemappt, also injiziert in diese Methodenparameter. Der zweite Teil ist aspektorientierte Programmierung. Wir haben diese Aspekte, die ich eben auch schon erwähnt habe, Security zum Beispiel, die eigentlich querschnittlich laufen, die also in der ganzen Applikation irgendwo immer berücksichtigt sein müssen. Und wie können Sie das umsetzen? Entweder haben Sie in jeder einzelnen Applikationsklasse, wo Sie das brauchen, Security-Methoden eingebaut. Das würde aber Ihren Applikationscode ziemlich verwässern. Und Sie sehen dann weder die fachlichen Klassen klar, noch klar, welche Klassen die Technik umsetzen, weil immer irgendwelche Security-Checks da drin stehen. Die andere Variante wäre, Sie schaffen sich eine querschnittliche Manager-Klasse und machen es von dort. Und die dritte wäre eben, Sie versuchen diesen Aspekt ganz rauszuziehen, denn dann müssen die Klassen auch nicht mehr irgendeine Manager-Klasse fragen jeweils. Auch diese Fragen durchsetzen ja Ihren Code, sondern Sie nehmen einfach diesen Aspekt und injizieren im Grunde den ganzen Aspekt in den jeweiligen Code. Dazu gibt es das ursprüngliche Framework Aspect-J, was in Java sich als erstes richtig verbreitet hat, und in Spring nochmal ein Spring-AOP, also Aspect-Oriented Programming. Es gibt dann, weil manche dieser APIs recht komplex sind, Templates, die die Nutzung einiger APIs vereinfachen. Zum Beispiel auch das Exception-Handling wird vereinfacht und das werden wir dann nachher auch noch sehen. Insgesamt wird dadurch POJO, also Plain Old Java Object Code, in verschiedenen Umgebungen lauffähig. Sie hatten früher Java-Applikationen, vielleicht, wie Sie aus Programmieren 2 noch kennen, mit einer Swing-basierten GUI. Und diese Java-Objekte dahinter, diese fachlichen Objekte, die sind ja wesentlich langlebiger, wesentlich wertvoller als jetzt die einzelnen GUIs davor. Und wenn Sie jetzt überlegen, Sie wollen dann umsteigen auf Client-Server von einer fetten Swing-GUI, dann könnten Sie diesen POJO-Teil, also diese fachlichen Entitäten, gleich weiterverwerten in einem Server oder auch in einer Client-Anwendung, wenn Sie dort zum Beispiel Kommunikationsresultate wieder zurückmappen möchten. Jetzt Spring, wie schon erwähnt, ist recht mächtig. Dadurch kam dann der Bedarf auf, dass Entwickler einfacheren Zugriff wünschten. Und es kam der Aufstieg von Spring Boot. Sie sehen hier oben schon diese Website start.spring.io. Da könntest du den sogenannten Spring Initializer aufrufen, der Ihnen da fertige, vorkonfigurierte Pakete sozusagen herausgenerieren kann. Man hat vorher in Spring alles konfigurieren müssen und hat festgestellt, dass diese Konfiguration, ich hatte auch das Log4j-Beispiel schon mal gebracht, natürlich öfter dazu führt, dass Menschen das nicht richtig konfigurieren oder gar nicht konfigurieren. Und viele Entwickler hatten große Schwierigkeiten, dann ihre ersten Spring-Projekte an den Start wirklich zu bringen. Also hat man sich überlegt, mit Spring Boot setzen wir Convention over Configuration. Also es gibt einfach einen sinnvollen Standardwert, mit dem wir mal starten. Und nur, wenn Sie wirklich etwas anderes brauchen, wünschen, dann konfigurieren Sie etwas anderes. Dieser Initializer, der erlaubt Ihnen, wie Sie hier rechts auch sehen, gleich eine Auswahl von Abhängigkeiten in der rechten Spalte unter Dependencies. Dort werden wir für unser Projekt, um die maximale Vergleichbarkeit mit JAX-RS, was wir vorher behandelt haben, herzustellen, eben Jersey auswählen als einziges. Mehr brauchen wir dort erstmal nicht. Beim Projekt oben sollten Sie wählen, dass Sie ein MAVEN-Projekt nehmen. MAVEN als Build-Framework setzt ja diese zentrale POM.xml-Datei voraus. XML-Dateien können Sie aufgrund Ihrer Kenntnisse aus Programmieren 2 recht gut lesen. Und wie man dort weitere Abhängigkeiten einfügt, sehen Sie dann auch. Und Sie können sich auch angucken, was dieser Initializer dann generiert. Sie wählen als Sprache natürlich Java. Bei Spring Boot würde ich jetzt auf die stabile Version gehen hier. Also keine Snapshot- oder Release-Candidate-Versionen wählen. Dort dann die größte. Bei Group tragen Sie im Grunde den Oberpaket-Part ein. Artifact ist der letzte Paketname in Ihrem Pfad drin. Den Namen können Sie dann einfach so beibehalten. Sie dürfen noch eine Description, eine Beschreibung eingeben. Und Sie sehen ja dann unten, dass sich dieser Gesamtpaket-Pfad zusammensetzt aus dieser Gruppe plus Artefakt. Sie werden, wenn Sie das generieren und dann herunterladen, eine ZIP-Datei erhalten, die genau heißt, wie dieses Artefakt, also eine Service.zip, wenn Sie es genauso nennen, wie ich das hier getan habe. Bei Packaging hatten wir früher schon über Deployment in Tomcat gesprochen und dass man für automatisiertes Deployment später eigentlich immer gerne eine WAR-Datei hätte. Also habe ich hier einfach mal WAR auch eingestellt. Und bei Java empfehle ich ja grundsätzlich auf die LTS-Versionen zu setzen. Deswegen hier die Version 17 eingestellt. Was Ihnen der Initializer auch vereinfacht. Er kommt dann gleich mit einem ganzen Springbooth-Data-Paket. Es werden also die Abhängigkeiten auch für Komponenten wie Tomcat, eine PostgreSQL-Datenbank usw. leicht einbindbar. Und Sie werden sehen, dass der Springbooth gleich einen integrierten kleinen Tomcat schon mitbringt im Projekt. Für die Programmierung, das werden Sie dann hier sehen, können Sie mit rein schon der Jersey-Dependency, um es also vergleichbar zu halten, zu JAX-RS auf mehrere weitere Annotationen zugreifen. Die Hauptannotation ist die Annotation ADREST-Controller, die Ihnen die Möglichkeit gibt, zentral in einer Kontrolle Controller-Klasse, die Anfragen zu behandeln. Und die Anfragebehandlung läuft in Springbooth über AddRequestMapping-Annotationen. Und Sie können dann dort einen Type angeben, type gleich get, type gleich put, type gleich post usw. Es gibt für diese RequestMapping auch eine Abkürzung. Sie können also für ein RequestMapping mit type gleich post auch einfach AddPostMapping schreiben. für ein RequestMapping mit type gleich get, dann einfach auch AddGetMapping und so weiter. Und all diese Mappings nehmen über Parameter der Annotation, also in runden Klammern, dann verschiedene Dinge entgegen. Beim Value zum Beispiel den Pfad oder die Pfade, auf die Sie reagieren sollen. Sie sehen also, wenn Sie eine Gesamt-Get-Methode schreiben wollten, die sowohl auf das einzelne Get mit einer ID reagiert, als auch auf das GetAll, wo ja nur der normale Pfad steht, dann könnten Sie das so bündeln und das Ganze so vergleichbar bauen, wie unsere Servlet-Methode war. Sie kommen auch an die Ein- und Ausgabewerte wieder heran und können also, wenn Sie wollen, auf AddRequestBody oder AddResponseBody zugreifen, werden aber sehen, dass Sie das in Spring Boot selten machen müssen und dass unser Code insgesamt wesentlich kürzer ausfallen wird. ExceptionHandling hatte ich Ihnen auch versprochen. Das bekommt man darüber, dass man eine zentrale Methode in einer Klasse oder gleich eine ganze externe Klasse mit AddExceptionHandler annotiert und die wird dann automatisch aufgerufen, wenn entsprechende Exceptions fliegen. Aber das alles können wir uns dann jetzt in der Programmierung genauer anschauen und dafür gehen wir wieder in unser Eclipse.